Sesamstraße präsentiert Ernie und Bert und Jan Dilej Ernie, so schaffen wir das nie eine Gartenhütte zu bauen. Tja Bert, da könntest du ausnahmsweise mal recht haben. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man ein Haus baut, Bert. Aja ja, 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 ja. Jan Dilej, Digger, was geht ab? Ich zeige vieles mit einer Hütte klar. Der Chef-Styler, der Headliner, der mit seinem Wissen alle gepackt. Ich habe einen Plan, den sollt ihr bekommen, ist Geheim, kommt aus dem Keller in Bonn. Ich bin bereit für neue Stars, ich mach das klar und dann staunt ihr schon. Wir drei, wir werden ein Häuschen bauen, das Bild, das Licht wie ein Bretterhaufen sofort sagt. Ich zeige euch, wie man es macht, der meine Hütte, ich habe da gerade so eine Hütte aufgestellt. Also alle, die bauen wollen sagen, und alle, die rocken wollen, die sagen, Ihr seid auf jeden Fall richtig, Bernie, wir ziehen die Hütte in Rot und es ist so. Oh ja, wir machen das klar, wir machen das klar, wir machen das klar, oh ja. Was sagt der? Und ich sag, au ja. Er sagt, au ja, was? Wir machen das klar, wir machen das klar, wir machen das klar. Ey, Annie, das ist nicht mehr, ich auch. So, alles klar soweit? Klar. Ja, ich sag, wir brauchen Bretter, die aufrecht stehen. Dann machen wir natürlich die Weg gehen. Oh ja. Und diese Wand steht mitgebrannt. Diese Laube steht im Hand- und Drehen. Wir sind ein hippes Architekten-Team. Die Tür ist schräg. Oh, und die Fenster ziehen. Frische Luft ist doch viel duft. Das hatte ich bisher so nicht gesehen. Ich sag, wir drei, wir werden ein Häuschen bauen. Hält. Das nicht wie die Bretter haufen sofort. Hält. Ich zeig euch, wie man es macht in meiner Hand. Ich hab da gerade so eine Hütte aufgestellt. Oh ja. Also alle, die bauen wollen sagen, hey. Und alle, die rocken wollen, die sagen, ho. Ihr seid auf jeden Fall in die Bären. Die, ey. Wir ziehen eine Hütte hier hoch und es ist so, oh ja. Na so. Wir machen das gerade. Ich sag, wir machen das gerade. Wir machen das gerade. Und ich sag, oh ja. Oh ja. Ich sag, wir machen das gerade. Also glaub, wir machen das gerade. Glaubst du ihm das, Ernie? Ich glaub schon, ja. Ich glaub, wir machen das gerade. Wir machen das gerade. Wir machen das gerade. Wir machen das gerade. Oh Mann, was denn das für eine coole Hütte. Mal sehen, ob ich die wegblasen kann. Unser Haus ist kaputt. Ich sage, 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 ich sage Vielen Dank.